Alles Lauf gebührt Allah, dem Herrn der Himmel und der Erde und allem was dazwischen ist. Und ich bezeuge, dass niemand das Recht hat, angebetet zu werden außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter und sein Diener ist, sallallahu alaihi wa sallam. Heute haben wir alle von dem traurigen Verlust gehört, und zwar, dass unser Scheech, der Großgelehrte, Uweid al-Jabiri, rahimahullah, gestorben ist. Einer der Gelehrten, der Leute des Sunnah, reiste also heute in die bleibende Wohnstätte. Der Scheech Uweid al-Jabiri, rahimahullah, war einer der Gelehrten, der tätig war, der ein Rechtsgelehrter war, ein fundierter Rechtsgelehrter, ein wahrhafter Erzieher, der das Wissen verbreitet hat, der an dem Menhaj des Salaf festgehalten hat und ihn verteidigte. Er war eifrig im Verbreiten des Tauhids und der Akide und des Menhaj und er hielt sie rein. Von jeder Neigung und jedem Irrgang, so bitten wir Allah, subhanahu wa ta'ala, bei seinen Namen und Eigenschaften, dass er ihm vergibt und sich seine erbaut. Und wir müssen wissen, dass der Verlust eines Gelehrten nicht nur der Verlust seiner Person oder seine Erscheinung ist oder der Verlust seines Blutes und seines Fleisches, nein, vielmehr ist es der Verlust von einem Teil vom Erbe der Propheten, vom Erbe des Propheten Mohammed sallallahu alaihi wa sallam, des Prophetentums und das ist das Wissen. Und diese Tatsache ist ein Vorbote für das Heranrücken der Stunde und für die Verbreitung des Irrgangs. Abdullah ibn Amr ibn Aas, radiallahu anhum, er sagte, ich hörte den Gesandten Allah sallallahu alaihi wa sallam sagen, gewiss nimmt Allah das Wissen nicht, indem er es aus den Dienern entreißt, doch er nimmt das Wissen durch das Nehmen der Gelehrten, bis er keinen Gelehrten übrig lässt oder eine Überlieferung, bis kein Gelehrter mehr übrig ist, worauf die Menschen Unwissende zu Köpfen nehmen, die sie fragen, diese Leute werden dann gefragt, worauf sie Rechtsurteile abgeben, ohne Wissen, sodass sie in die Irre gehen und in die Irre führen. Und dieser Hadith wurde bei Al-Bukhari und bei Muslim überliefert. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhum, sagte über die sinngemäße Aussage Allahs, sehen sie denn nicht, dass wir über das Land kommen und es an seinen Enden kürzen. Ibn Abbas sagte in diesem Vers, die Zerstörung des Landes ist im Tod der Gelehrten, der Rechtsgelehrten und der Leute des Guten. Und es gibt keinen Zweifel daran, dass der Tod der Gelehrten ein schwerwiegendes Unglück ist, eine gewaltige Katastrophe und eine große Prüfung. Denn je größer die Rolle, je gewaltiger die Rolle und je größer der Einfluss einer Person ist, desto größer ist die Katastrophe und desto schlimmer ist die Katastrophe, wenn man sie verliert. Doch es ist das Gesetz Allahs. Das Gesetz, das vergangene und das fortwährende Gesetz Allahs bezüglich seiner Diener. Es gibt kein Entrinnen oder Fliehen vor dem Tod. Doch der Unterschied, der große Unterschied zwischen dem Tod einer normalen Person wie du und ich, dessen Verlust nur die Angehörigen und die Nächsten der Familie spüren, worauf sie dann Dua für ihn machen und um Vergebung bitten und Barmherzigkeit. Es ist nicht gleich, wenn eine Flacke dieser Ummah stirbt und ein Gelehrter dieser Ummah von dessen Wissen und Rechtsurteilen die Menschen profitieren und durch ihn die Leute Allah mit Einblick dienen und untereinander mit dem Gesetz Allahs verkehren. Was verlieren wir? Was verlieren wir durch den Tod der Gelehrten? Es gibt keinen Zweifel daran, dass wir durch den Tod der Gelehrten Erben der Propheten verlieren. Wir verlieren jedes Mal einen Erben der Propheten und des Prophetentums. Denn die Propheten vererbten weder Gold noch Silber. Vielmehr vererbten sie das Wissen. Durch den Tod der Gelehrten verlieren wir die Rechtschaffenen, die die Religion Allahs beschützen und die Veränderungen und die Fehldeutungen von ihr fernhalten. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, dieses Wissen erbt von jedem Nachkommen die Rechtschaffenen. Sie halten von ihm die Auslegung der Unwissenden, die Verfälschungen der Falschhandelnden und die Veränderung der Übertreiber fern. Es bedeutet nichts, dass wenn einer der Gelehrten stirbt, dass die Umma verloren ist und in Unwissenheit umherirrt. Denn, Alhamdulillah, im Rest der Leute, der wissen, ist noch viel Gutes. Wie viele Gelehrten sind gestorben? Und wie viele Imame wurden begraben? Ja, sogar der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam starb. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wurde beerdigt. Doch die Religion Allahs bleibt. Und die Wahrzeichen bleiben und blieben nach ihm hoch erhoben in den Händen der Männer, die wahrmachten, was sie gegenüber Allah verpflichtet machen. Derjenige, der Muhammad anbetet, so ist Muhammad gewiss gestorben. Und derjenige, der Allah anbetet, so ist Allah lebendig und stirbt nie. Allah sallallahu alaihi wa sallam sagte sinngemäß, und Muhammad ist doch nur ein Gesandter, vor dem schon Gesandte vorübergegangen sind. Wenn er nun stirbt oder getötet wird, werdet ihr euch dann auf den Fersen umkehren. Und wer sich auf den Fersen umkehrt, wird Allah keinerlei Schaden zufügen. Aber Allah wird es den Dankbaren vergelten. Und es ist bekannt, dass die Leute der Erneuerung, die Leute der Bidda, sich freuen, wenn die Gelehrten der Sunne sterben. Ja, es gefällt ihnen, wenn unsere Gelehrten sterben. Und sie freuen sich und zeigen keine Trauer. Doch es wird das kommen, was ihnen nicht gut tut. Denn Allah sallallahu alaihi wa sallam versprach durch die Zunge unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam, dass er am Anfang aller hundert Jahre jemanden entsendet, der die Angelegenheit der Religion, diese Ummah erneuert, beziehungsweise korrigiert. Das heißt, es stirbt keine Generation der Gelehrten, außer dass eine Generation, eine andere Generation von Gelehrten nachfolgt. Außer wenn Allah es will. Und Allah hört nicht auf, in dieser Ummah Leute sein zu lassen, die die Angelegenheit dieser Religion lehren. Und die Veränderung der Übertreiber und die Verfälschung der Falschhandelnden und die Auslegung der Unwissenden fernhalten von dieser Religion. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, es wird immer eine Gruppe von meiner Ummah geben, die offenkundig auf der Wahrheit ist. Weder schaden ihnen die, die sie hintergehen, noch die, die sich ihnen widersetzen, bis der Befehl Allahs kommt und sie sich auf dem befinden. Hamad ibn Sayyid, rahimahullah, sagte, ich war anwesend als Ayyub al-Sichtiyani, rahimahullah, einen seiner Gefährten wusch, das die Totenwaschung vollzog. So sagte dieser Imam, der Imam Ayyub al-Sichtiyani, rahimahullah, während er diese Totenwaschung vollzog. Gewiss, diejenigen, die den Tod der Leute der Sunne wünschen, möchten in Wirklichkeit das Licht Allahs mit ihren Mündern auslöschen. Doch Allah vervollständigt sein Licht, auch wenn es die Ungläubigen hassen. Und zuletzt sagen wir, gewiss ist der Schrecken dieses Unglücks, gewiss hat uns der Schrecken dieses Unglücks getroffen. Und es ist eine harte Wunde. Doch all dies erfordert die Vollständigkeit der Zufriedenheit gegenüber der Vorherbestimmung Allahs subhanahu wa ta'ala. Gewiss weint das Auge und trauert das Herz. Doch wir sagen nur das, was unseren Herrn zufrieden stellt. So bitten wir Allahs subhanahu wa ta'ala, dass er sich den Gelehrten der Muslime erbarmt und dass er ihre Gräber mit Licht füllt. Und dass er ihre Sünden vergibt. Und dass er sich mit dem Gelehrten der Zufrieden erbarmt hat und erbarmt hat und erbarmt hat. Und da gibt es